Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt immer im falschen Moment mache? Ich muss hier erstmal die Aufnahme unterbrechen. Aber kurz und lass uns nachher wieder zusammenschmeiden. Ja. Ähhhhhhhhhhhhhhh, Reston. Da. Autsch. Also dann kann man nicht schräg gucken Wenn du vorwärts fliegst, hast du immer noch die Möglichkeit, dass du nach oben oder nach unten abdriftest. Wenn du nach links fliegst, kannst du nicht woanders hinfliegen. Kannst du nur geradeaus nach links werfen. So, jetzt lauf mal große Slimes durch. Du musst halt jetzt einen Radius einplanen, dass die oben drauf aufsporren können. Da musst du aufpassen, da sporne ich überall. Ja die können ja nicht abhauen, weil irgendwann mach ich die Decke drüber und dann können sie da auch nicht mehr werden. Mach ich jetzt am besten. Wir brauchen mehr Gwinder. Jo, wieviel Schleimbälle da unten sind. Achja übrigens, das kann den Server zum Lecken bringen, wenn nicht genug Grindr dran sind, ne? Ach nee, ist klar. Hätte ich auch nicht anders erwartet. So viele Menschen wie jetzt hier vorne wieder sind. Ebenwie dringend die keinen Strom mehr oder was? Ja, die sind leer. Ja, denn weil hinten der aus ist. Warte mal kurz. Ah, ich weiß was. Ich weiß, ich weiß schon. Ich mach, guck mal. Ja, du hast vergessen wieder den Code einzustellen. Nein. Den hab ich gemacht. Ich hab das nicht als Energiequelle eingegeben. Jetzt. Jetzt beginnt das große Atemsterben hier. Ja, Alter. Wieviel Mobs. Oh ja. Mit 20 FPS. Juhu. Läuft. Ja, 30. Ich nehm mal den 2 mal wieder raus, ne? Nein, ich hab ja ausgeschalten. Was? Dann lass weiterlaufen. Ja, ich hab ja so, dass sie Mobsens eigentlich gesammelt werden sollte. Ah, so. Okay, gut. Na, ich geh mal aus den Junk raus. Den ich dir auch empfehlen. Die Maschine arbeitet da von alleine weit. Geh da raus. Was? Ja, ich will, muss ja trotzdem das Dachgel fertig machen. Ja, dann warte doch, bis sie Slimes wechseln. Ja, ist gut bei mir. 30 FPS, soviel ich immer aufnehme. Okay. Ist zwar jetzt ein bisschen so Highway to Hell, aber... ... Irgendwie trinken wir keine Mobsens. Boah, wir haben viel zu wenig Energie. Warum haben wir zu wenig Energie? Also, auf jeden Fall arbeiten die Gewänder nicht mehr. Ah doch, die arbeiten noch. Ne, die arbeiten nicht mehr. Ja, wenn irgendwie... Ich geh mal... Flieg mal zum Haus. Bin ich schon. Ne, hier ist... ...doch alles. Okay, das ist auch... Laufen sie jetzt wieder? Nein. Die Energie ist zu wenig. Jetzt? Nein, Energie ist immer zu wenig. Aber ich hau hier Energie raus ohne Ende. Nein, ich sammle... Ich hau hier auch keine Energie mehr raus. Laufen sie jetzt wieder? Ja. Jetzt laufen sie wieder? Ja. Jetzt laufen sie wieder? Ja. Sind das alles Slimes weg? Ja. Ja, ja. Aber können wir doch nicht einschalten. Ich will das noch schön machen. Ja, ja. Ja. Ich guck nur, wie hier die Mobis entsteigt. Boah, ich slime will. Gar nicht übertrieben. Na, wenn du jetzt willst, können wir jetzt auch erstmal was anderes. Äh... Wetter? Ja? Hast du noch eine Eisenpile? Äh... Fünf. Okay. Soll ich die hier reinmachen? Warte, 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 warte. Ja, genau da. Und dann... Genau. Ich weiß doch, was du willst. Was? Gut. Ähm... Boah, da kann es jetzt voll die Party starten, ne? Der ganze Tank ist voll. Na, jetzt können wir auch Kühe erstmal nehmen, du. Achso, ja. Wir müssen ja den... Wir müssen immer auf die Safari... Nein, das Leib bleibt... Ja, ja. Ab. Ich sammle... Ich flieg nicht wieder ein halber Tag rum, oder? Nein, wenn wir das... Wir müssen das zweite Safari-Net... ...bauen. Ja, was brauchen wir denn dafür? Äh... Einen Gastrainer. Na, okay. Dann gehen wir in den Netter und suchen mal einen Gastrainer. Ja. Warte mal kurz, ich bin noch immer noch ein bisschen vollgepackt hier. Kannst ja vollgepackt bleiben, ist ja kein Problem. Ja, trotzdem. Biss mal, kommt raus. Jetzt fehlen ja beide Türen hier. Ja, ein Zombie. Oh, wo, wo? So. Höre dich. Wirklich nicht so brutal fliegen. Da. Aufsehen? Ja, was ist das? Also hat nichts... Getroppt. Ey... Wenn wir Schweinebär-Boch-Männer fangen könnten, dann hätten wir sogar... Eisenfarm, eine Goldfarm. Ja, richtig. Das ist ja kein Problem, wir können ja einfach auf die Dinger drauf schießen. Oder wenn wir ein Witterskelett fangen. Oh. Oh, das wäre eigentlich die Möglichkeit, ein Witterskelett fangen. Okay, Leute, das war's wieder. Aua, ich brenne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.